So, jetzt sind wir auf dem Weg zur letzten Probe. Ja, Proberaum ist hier echte Baustelle, muss man sagen. Hier geht es runter zu unserem Proberaum. Gucken, ob ein paar Jungs schon von uns da sind. Alle Bupen hier. Moin Uschi. Alter, da war Verkehrschaos auf die Kreuzung, sodass meine Ampel nur rot war und ich eine Viertelstunde da gesessen habe. Dann gucken wir mal unseren Dennis an. Hallo. Dennis, was geht bei dir? Morgen auf YouTube, alle. Dennis gibt noch Unterricht, der sollte lieber selber üben. Bist du nicht? Ey, ich zieh dich voll, ey. Letzte Probe und ey, wir spielen jetzt. Auf Wiedersehen. 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 Schöner wäre das ganze Ding an uns zu ziehen wahrscheinlich, das ist das Modell. Ja, aber ich mach mal. Na doch, wie ein paar. Ich geh mal eben auf. Do it. Noch ein ganz kleines Stück, ganz kleines Stück noch? Hier ist es auch hart. Also ich지가 Sie dir, da ich dir, das ist ja schon. Ja, ich wollte es. Ach, ich muss es, ich muss es. Ich wollte es nicht, ich muss es nicht kurz nachdem. Ich kann es nicht einfach mal in die Küche gehen für mich. Ich will mich einfach malar, aber nicht so. Ich muss es nicht mehr pennen, aber es ist nicht mehr so. Ich muss es nicht, ich muss es nicht mehr damit machen. Ich muss es nicht mehr pennen. Ihr könnt es nicht mehr, won zerstören. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Super, hervorragend. War obergut. Ja, also das mit den Toms meinst du? Das war obergut. Ja, gut. Ja, jetzt schwitz ich auch. War das jetzt die richtige Laufgabe? Angehende Toms meinst du? Ja, gut. Info zum ersten Strophe. Witzens. Das ist immer ein gutes Zeitalter. Hä? Was meinst du? Das hier. Das ist verkackt, aber... Ja, ja, das war verkackt, aber das haben wir. Und Tim, den Tom-Lauf vor dem zweiten Refrain. Was du willst, Alter. Alter, hör auf zu nerven. Das wollte ich, das wollte ich, das wollte ich. Sack. Oh, Sack ist, Sack ist. Nerv nicht, Sack. Guck aggressiv, guck aggressiv. Nerv nicht, Sack. Das war fies. Das war fies. Gott. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Diese Hure. Wollen wir es erstmal üben, bevor wir es aufmachen? Ja, ja, ja. Oh, meine Gott. Erstmal. Traumhaft. Also, ich fand's obergeilig. Halleluja. So, meine Lieben. Es ist 1.15 Uhr. Der erste Produktionstag geht zu Ende. Und wir sind alle müde und haben uns jetzt unser Bier reglich verdient. Prost. Außer Marc, der hat nämlich heute gar nichts gemacht. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Der war's. Der war's. Das ist geil. Das ist Sprache, ne? Nein, Zwischenteil. Alter, Arne, was konzert das mal machen? Komplett den scheiß Überblick verloren. Vielleicht solltest du mal wieder in die Vorlesung von Herrn Schubert gehen, ey. Da kann man sowas einfach nochmal anhand einiger Beispiele... Professionelle Abspielmedien sind hier, werden hier genutzt. Ich sag, Studiotechnik ist doch alles Studiotechnik. Handy. Ich sag, Studiotechnik ist doch alles Studiotechnik. Ich sag, Studi snake. Das ist sinn.